Okay, Kuh gibt mir die Hand und Kuh sagt schon, ihr müsst alle ein bisschen... Das ist übrigens Brunhilde, unsere Kuh. Einen Applaus für Brunhilde! Okay, Brunhilde sagt schon, alle noch ein bisschen näher nach vorne kommen, weil Brunhilde wird sich gleich rükeligens quasi einmal ins Publikum setzen und ihr müsst sie eine Runde... Ja, seid ihr bereit? Okay, Brunhilde geht schon mal ein bisschen runter. Ja, das sieht sehr gut aus und dann reicht Brunhilde mal durch und alle hinten feiern mal hier vorne an. Großartig! Also, unser erstes offizielles Kuh-Stack-Stiving und wir werden hier gleich acht Kistenspiele, Add-ons und Co. verschenken. Vollversion, Giants Gold Bundle zum Beispiel. Erste kommt schon mal geflogen. Und das machen die hier vorne ganz hervorragend. Einen großen Applaus!